So, das hier ist jetzt das mexikanisches Spezialitätenrestaurant, was tagsüber eine Strandbar ist mit Snackbar, wo es verschiedene Kleinigkeiten gibt, unter anderem gibt es Hamburger und Pizza und verschiedene Kleinigkeiten. Und ab 19 Uhr ist dann hier das Spezialitätenrestaurant der Mexikaner, wo ihr einmal die Woche ein Spezialitätenrestaurant von 5 frei habt, ansonsten müsst ihr pro Person 15 Euro für die Buchung zuzahlen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, drückt ihr einmal unten auf Gefällt mir für Reisebüro Fälle und dann seht ihr weitere Videos von uns. Ade! Und hier ist man dann direkt am Strand.